Nach dieser Eiszeit, so in 6000 Jahren, wenn das alles wieder auftaut, dann werden die auch alle wieder daherkommen. Hallo? Also diese Leute da drinnen, die kommen wieder daher. Komplett tiefgefroren. Hallo? Und ein paar gescheite Leute, die werden dann sagen, dass diese tausenden gefrorenen Leute, dass die sich ja Menschenopfer waren. Dass so ein durchgedrehter Stammesfürst, sie hat alle opfern lassen. Ja, so wird das ganz bestimmt sein. In 6000 Jahren von hier. Hallo? Die werden uns sicher für ein grausames Volk halten. Ein richtig bösartiges Volk, das Menschenopfer bringt, um die Götter oder die Vettern von diesen Göttern oder die Ziehsöhne von diesen Göttern oder die Schwippschwäger von diesen Göttern zu besänftigen. Hallo? Und die gescheiten Leute, die werden dann Maschinen haben, um die gefrorenen Leute unsanft zu bergen aus dem Eis. Es wird Monate dauern. Oder sogar Jahre, so viele tiefgefrorene Leute wie das sind. Hallo?